20. Mai geboren und da gibt es ein paar Korrekturen, das ist ein Hengstfohlen, bitte notieren Sie das, kein Stutfohlen, Hengstfohlen, attention please, it's a misprint, it's a cult, not a filly, Vapensiero aus der Carola von Caprimont de Niro und der Mann mit dieser Peitsche, den kennen wir, Otto ist da, Zuchthof um Sande aus Bacom, ist der Züchter dieses Hengstfohlens, ich sag's nochmal, 26. Mai geboren, diese Linie an dieser Stelle auch immer wieder präsent mit ganz besonderen Auktionshighlights, Night and Day zum Beispiel, Day and Night war auch hier, First Promise gekürt, Kel Plaisir ebenfalls gekürt, hat Lottberg gewirkt, aus dieser Linie, Fantastico bis Inter 1 erfolgreich, zum Beispiel viele, viele sportliche Highlights und mit Verdejo ein Fuchs vom Vapensiero, Caprimont de Niro, der sich groß macht und in großer Pose in Szene zu setzen weiß, Dankeschön. Das war's, das war's, das war's.